Oh Leute, ich habe hier ein neues Headset gekauft, für 50 Euro, angeblich für alles, PC, Xbox One, PS4. Also ich habe das auf dem PC probiert, ganz ehrlich, das funktioniert nicht richtig, es funktioniert nicht richtig. Ich mache hier auch so einen Test, ich will mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung, funktioniert überhaupt nicht. Man hört mich überhaupt nicht, wenn Musik lauter wird, hört man mich so gut wie gar nicht. Was mache ich falsch, ich habe schon alle Einstellungen durchgeguckt, also ich habe hier allmöglichen Scheiß probiert und ich habe mich sogar online bei Xbox 360, Xbox One Live oder wie auch immer dieser Kackzeug heißt, ich habe keine Ahnung. Da habe ich ja überall angemeldet und da stand auch bei, es gibt mehr Einstellungen und keine Ahnung, ich habe auch mehr Einstellungen probiert und alles probiert. Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin auch nicht wirklich hier in dieser Technikzeug hier begabt, also ich habe mich übelst aufgeregt. Mal ganz ehrlich, mich übelst aufgeregt. Deswegen habe ich mir gedacht, schießt du mal ein paar Zombies über den Haufen. Vielleicht geht es dir danach besser. Also, ja hier das ist Resident Evil Revelations 2 Raid Mode. Wie ihr seht, ist nichts Besonderes. Muss einfach nur schießen. Und darauf achten, dass die Waffen voll bleiben. Mit Munition meine ich. So. Ich spiele hier mit Neil Fischer. Ja, 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 reg dich mal ab, Penner. Da, bitteschön. Ja, du, oh. Keine Lust, ey, keine Lust auf euch. Stirbt doch endlich mal. Kleinkäfer daneben geschossen. Ja, ein bisschen geht es besser, hm. Wenn ich so ein bisschen Frust ablassen kann. Ich hoffe, mir hört überhaupt einer zu, weil ich dir erzähle. Da ist wieder so eine fette Sau. Da, verrecke. Verrecke. Scheiß Käfer. Wow, ey, hat mich getroffen. Ja, pass auf, für dich habe ich eine Falle. Da. Ha. Penner. Ja, ja, du kriegst gleich auch. Also wenn einer eine Lösung kennt. Wenn einer so ein Problem gehabt hat. Hilf mir bitte, weil ich habe echt keine Lust mit dem PS4 aufzunehmen. Ich würde auf dem PC aufnehmen. Also ich nehme, ich nehme nicht keine PC-Spiele, sondern ich nehme, äh, Emulator-Spiele, halt. Vielleicht ist das ein Problem vom Emulator oder weiß, weiß ich. Wie gesagt, ich bin kein Technik-Genie. Ich versuche das hier irgendwas, irgendwie, irgendwas zu machen. Oh Mann. Alter, die Kleinkäfer. Oh, ho, 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 ho. Hey. Alter. Was soll das? Wenn der Typ ist aus dem fünften Teil. Das weiß ich noch. Jo, jo, jo. Was ist hier? Party oder was? Alter. Party oder was? Ich will noch mal mitmachen bei eurer Party. Mann, ey, die Käfer. Ey, verschissene Käfer. Regen mich auf, echtes. Die regen mich auf. Einer bleibt noch. Na komm. Ah. Also das war jetzt echt merkwürdig. Was gerade passiert ist. Na egal. So, hier liegt noch Munition. Hier habe ich keins gebraucht. Aber hier liegt. Liegt halt da. Dann gibt es nur ein bisschen Teile. Für meine Waffen. Nur mehr Teile für meine Waffen. Was liegt hier? Na, mag nicht. Brauche ich sowieso nicht. Hab doch alles Beste. Ey, alles Beste hab ich. Ja, hier die Stages, die sind ja vom Resident Evil 6 öfters, die hier vorkommen. Ja, ein paar sind aus Revelations 1 und ein paar sind aus Revelations 2. Ja, wenn man fertig gemacht hat, muss man hier die Münze kaputt machen. So, Mission abgeschlossen. Gott sei Dank, ey. Waren irgendwie zu wenig. Ich müsste noch mehr abknallen. Noch mehr. Ja, Abzeichen komplett. Stufe 37. Wunderbar. Fünf Punkte. Na, Teil. Noch mehr Teile. Magon verkaufe ich gleich. Okay. Falls einer eine Lösung hat, meldet sich bitte einer. Danke. Macht's gut.